Tina oder über die Unsterblichkeit Nacht, Steinufer des Bürgersteigs, Zwischen Blöcken aus Kunstlicht, einer war mir übern Schuh gefallen Und ich zog ihn lieber drunter weg. Dann strömten Schulmädchen, schwarze enge Hosen, Spitzbrüste voller Ungedeih, Stimmengewirbel, Sie hielt ihr debattierend eine verruchte Zahl von Fingern hin, Mein Arm begegnete einer Ärmin, Im unteren Drittel aller Gesichter ein fuchsrotes Lächelloch. Dabei kamen sie vom Schichtunterricht, was ein Wort wieder, Rainer M. Gerhard bitt für uns. Die blanken Wurmpaare all ihrer Lippen hielten sich an den Enden gefasst, Fässer Eschmorn hat es auch gesagt. Zwei Sekundanerinnen deklamierten sich listig Chamisso zu. Seit ich ihn gesehen, glaub ich, blind zu sein, Wo ich hin nur blicke, sehe ich ihn allein. Krumm kichern. Ein abgeblitzter, halbstarker, äffte sehnsüchtig hinterher, »Lass mich, ich hab heut meine Tage!« Und schmetterte dann einen halbgefressenen Mohrenkopf An die Auslagescheiben der Lokalzeitung. Beim Apotheker, neben mir der bekannte Mann im grünen Lodenmantel, Auch er verlangte Zyklopal und musterte mich scharf. Der Provisor kämpfte wieder und lange mit sich, Ehe er auf das alte Rezept etwas rausrückte, »Ist doch Barbitursäure drin!«, ganz entrüstet. Das karierte Fragezeichen über ihm husten Bonbons Schnalzte lässig mit dem Schwanz, Dann gab er aber doch seine neue Tugra in den alten Stempel. »Er weiß, daß ich Junggeselle bin. Soll ich ihn heut zusätzlich schockieren Und ne Packung Camellia verlangen? Als Schriftsteller ist man der Bordellfantasie des Bürgers Ja ohnehin immer verdächtig.« »Na lassen wir, es lohnt sich nicht.« »Schriftsteller«, der Lodengrüne hatte mir zuvorkommend Die Tür offen gehalten. Ich antwortete nicht, sah ihn nur misstrauisch an, Entweder Schwätzer oder Kollege, also halb Däubel, halb Satan, Murmelte ich demnach ein gekürztes Abweisendes. Aber er blieb rüstig neben mir. »Richtig, ich kenne den Namen.« »Ach, alles, was keinen Namen hat, ist glücklich«, Meinte er schwermütig, »aber um eine entscheidende Spur zu eingebildet«, Hielt sich wohl auch für einen großen Mann. Gefasel, Gefasel, Bücher ohne Titelblatt rausgeben, Ein Fortschritt, der Verfasser des Nibelungenliedes Wäre ein schlauer Hund gewesen, Und so ging das impotente Gelulle Straßenlang neben mir weiter. Ein Rat, schreiben Sie wenig oder noch besser gar nicht mehr, Dann leben Sie unangefochten auf Erden Und brauchen sich auch nach dem Tode nicht mehr zu schinden. Also ein Christ, auch das noch. Um ihn loszuwerden, erzählte ich ihm von seinen Katholiken. Jeden 27. November Verehren Sie den Buddha Gautama als Kirchenheiligen, Denn die Barlaamsgeschichte ist ja weiter nichts Als eine Übersetzung der Lalita Vistara. Aber er meckerte nur angeregt. »Nein, das hatte er noch nicht gewußt.« »Tja, diese Heiligen sind auch übel dran.« Der Kerl war total orplied. »Höchstes Glück der Erdenkinder?« Fragte er hassvoll. »Nennen Sie mir einen anständigen Schriftsteller, Der gern geschrieben hätte.« »Lieber Zeitlebensscheiße schippen!« »Sind Sie Ihrer Individualität noch nie müde geworden?« Ich senkte den Kopf, ich nickte. Es ging ihn zwar nicht an, Aber, ja, täglich etwa zweimal. »Na, sehen Sie«, sagte er versöhnt. Die Autotiere, Sie schlüpften stechenden Blicks umeinander Mit ungeduldigen Stimmen. Wenn der Vordermann einen überlistet hatte, Zwinkerte er noch gelbrot zurück. Der tiefe Schlag der Turmuhr Blähte zweimal seine Rindszunge. Ich hatte jetzt den dritten Tag Linsen gegessen, Rieseneintopf, selbst gekocht. Schreckliche Folgen. »Sie glauben nicht an ein Fortleben nach dem Tode, Sind Atheist?« »Ich auch«, erklärte er ruhig. »Aber das eine werden Sie mir ja zumindest zugeben. Alle leben zunächst noch ein bisschen weiter. Die verstorbenen Eltern und Großeltern, In der Erinnerung von Kindern, Ehegatten, Enkeln, Bekannten.« Und den Begriff des Lebens mal etwas weit gefasst. »Wesentlich unheimlicher ist die Sache ja bei, Sagen wir, Dichtern. Die haben in ihren Büchern derart große Portionen ihrer Persönlichkeit deponiert, Dass man, solange die gelesen werden, Wie?« Ich, achselzuckend, »Ja, wenn Sie es so meinen.« Aber ansonsten, »The dead day cannot rise, And you'd better dry your eyes, And you'd best go look for a new love.« »Na ja«, machte er vorsichtig. »Kleine Stille.« Das Diaphragma des Mondes, Sie die platte Schweinsblase neben dem Hochzeitsturm. Bergunter, ein Handwagen, Stieß sein altes Weib vor sich her. Die Grüne bog Anna Isetta aus, Und ich wollte eben nach der anderen Seite entweichen, Als er mich auch schon wieder eingeholt hatte. »Ich könnte es Ihnen ja mal zeigen.« Beiläufig, dann murmelnd nachdenklich, »Ne Eintrittskarte hätte ich noch.« Vertraulich laut, »Wir machen das manchmal.« »Wäre es Ihnen nicht interessant, Dieses Fortleben nach dem Tode mal in Natura zu sehen?« »Ich glaube, jetzt lassen wir es genug sein,« schnauzte ich ihn wütend an. »Ihr Misstrauen ehrt Sie,« sagte er mechanisch dazwischen. »Ich wollte ihm schon eine reinhauen, Aber ich bin sechs Fuß groß, Und da ist eine unbeabsichtigte Körperverletzung allzu leichtfällig.« Also stellte ich nur fest, »Sie sind aus dem Irrenhaus entsprungen«, Und sah mich nach Polizisten um. »Nee, aus dem Elysium«, sagte er schwermütig, »Und auch nicht entsprungen, sondern ganz offiziell auf Einkaufstour.« »Würde es Sie denn gar nicht interessieren, Näheres über Jansen zu erfahren?« »Oder Wildenhain?« »Sie haben doch meine Fouquet-Biografie geschrieben.« Ich fuhr herum. »Wildenhain? Das wußte niemand außer mir, Wollte mich wieder ein Hund um die Priorität bringen.« »Aber er hob schon beschwichtigend Hand und Braun.« »Take it easy.« »Inen wird es eine Lehre sein, Und uns kann es auch nur nützen«, sagte er. »Wir dürfen das alle zehn Jahre einmal machen, Daß wir einen mit runternehmen.« »Ist Ihnen eigentlich noch nie aufgefallen, Daß diverse Dichter in späteren Jahren Auf seltsamste verstummten?« »Die hatten nämlich das Elend mit eigenen Augen gesehen,« Schloss Ergrimmiger. »Welches Elend?« Fragte ich verständnislos. »Das mit der Unsterblichkeit?« Ich schüttete den Kopf. »Ich mitgehen?« Wollte der Kern mich etwa berauben? Ich hatte immerhin für einen Schriftsteller Ein seltener Fall, meine 60 Mark Bar in der Tasche. Neulich erst hatte ein amerikanischer Soldat Einen Taxischauffeur wegen 16 erstochen. Klar, Mensch, der hatte beim Apotheke Mein Portemonnaie gesehen. Oder ein Fememord? Ich war kein angenehmer Autor. Nicht ganz unwichtig schmeichelte sofort Ein Eitelkeitsteufelchen. Und bei dem heutigen Kurs? Unter der Laterne auf der Beckstraße Er wies mir im Chlorgas des Lichtkegels Flüchtig die Brieftasche. Hatte der Bube zerchen Eintausend, zweitausend, mein Gott! Und in einem Extrafach noch die blau-weißen Zehner? »Sie vertrauen mir, einem völlig Fremden?« Er grinste flüchtig rechts. »Ich kenne zufällig einige ihrer Bücher.« »Castum esse dezepium poetam ipsum versiculos nihil necesse est.« »Que las costumbres de uno autor sean puras y castas«, murmelte ich ertappt, und er nickte sachlich dazu. »Ich war nämlich ähnlich...« »Aber gar nicht. Sie können jederzeit wieder weg, jede Stunde. Ist nebenbei sogar befristet.« »Der Aufenthalt.« »Kurz überlegen.« »Wurde oben bei mir was schlecht?« »Sanella hält sich, Grieß auch.« »Höchstens die Milch.« »Kann ich noch mal eine Minute rauf?« »Schon wegen den diabolischen Linsen.« »Aber kein Schreibmaterial mitnehmen, das ist streng verpönt«, rief er mir noch rüstig nach. »Da haben sie das Memento ja ständig vor Augen«, meinte er, als ich wieder aus der Haustür zu ihm trat. »Wieso?« Er zeigte mit dem Kinn auf die Litfaßsäule an der Straßenkreuzung, in der eine Zeitungsverkäuferin ihren Stand hatte. Wir hatten uns schon mehrfach angeblinkt, ich aus meinem Fenster oben, sie aus dem Schalter unten, mit Gesichtsscheiben. Kurz, lang, kurz, lang, lang. Sie hatte noch offen. Er beugte sich und sagte ein paar Worte, keine fremdartige Sprache, simples Deutsch, aber es schien dennoch ein vereinbartes Kennengespräch, denn sie schob ihr Fensterlein höher, sah scharf heraus und erkannte dann wohl meinen Führer. Jedenfalls ging es sofort los mit »Nabend Jan«, »Tachtina« und sich ein hübscher Name, aber daß der alte Laffe sie gleich kennt und duzt? Sogar ein Präsent, was? Und wie sie aufleuchtete! »Drei Stück«, sagte er lakonisch. Sie griff blitzschnell nach dem Päckchen, wickelte die ältlichen Pappbände aus, seufzte glücklich und sah bedauernd auf ihr winziges, erloschenes Kanonenöfchen. »Na, übermorgen kachel ich anständig ein«, entschied sie, meinser Dialekt unverkennbar. »Da wandern sie dann sofort rein.« »Und noch mal recht schönen Dank.« Er winkte unangenehm weltmännisch ab, bückte sich wieder zu ihr, und sie wischelten recht widerlich miteinander. »Von mir?« »Nein, konnt's nicht verstehen.« »Oh ja, vom Sehen kennen wir uns schon«, sie lachte und reichte mir eine große, raffiniert schlanke Hand. »Ließ sie auch, solange ich wollte, in meiner?« »Ja, kommt nur rein.« »Moment, ich verdunkel erst«, sie ließ das Schiebefenster herunter, Festhaken, zog eine zylindrische Eisenblende vor, auch unnötiger Aufwand für die paar Illustrierten und Senussi-Packungen. Als wir es auf der gegenüberliegenden Seite der Hohlsäule mehrfach schließen hörten, gingen wir herum, und mein Begleiter, »nei, umgekehrt, ich bin ja wohl seiner«, lugte erst vorsichtig nach allen Richtungen, ehe er mich in den schmalen Zementspalt dirigierte. Noch einmal die Uhr ins Laternenlicht, es war 18.40 Minuten mitteleuropäischer Zeit. Weit vor ins Dunkel greifen, »ah, schön«, und sie schnurrte eine ganze Weile amüsiert, ehe sie züchtig »Oh, Vorsicht, etwas« sagte. »War auch viel größer, als ich geschätzt hatte, und unsere Gesichter mußten sehr dicht aneinander sein.« »Ich knipps Licht an«, bereitete mein Unbekannter uns vor und suchte fatal großmütig immer noch nach dem Schalter. Wo ist denn »Knips«, schönes, ganz dunkelrotes Licht? Wir standen in dem engen Raum, Brust an Brust, ihre Augen gaben beim Aufschlagen ein ganz zartes Geräusch von sich, oder war's Täuschung? Ihr langer, schwarzer Mund schwamm unbeweglich vor mir. Von den Wänden zurück, seine Stimme. Er mußte wohl wieder einen Knopf bedienen, denn wir sanken ein paar Meter, wie in einem Fahrstuhl, hielten erneut. Erst noch die Decke oben eindrehen, beschrieb er sich murmelnd seinen nächsten Handgriff, und ich sah, wie sich eine mächtige Stahlplatte langsam über uns schob. »Ganz schöne Falle!« Sie mochte wohl merken, wie ich unruhig wurde, denn sie schmatzte ein paar Mal ermutigend mit den Augen, hob sich dann zusätzlich auf die Fußspitzen. »Abwärts«, kündigte es ausdruckslos diskret hinter uns an, der geschwinde Ruck drückte zwangsläufig mein Gesicht auf ihres, und sie hielt kunstvoll dagegen. »Ganz langsam einmal«, »schwierige Stelle«, brummte er hinten, durch das leise Surren des Fahrstuhls hörte man Fernbrausen wie von Wasser stürzen. Sie zog den Mund langsam von meinem ab, holte einen Notizblock aus dem weichen Ledersäckchen an ihrer Hüfte und kritzelte. »Schob mir auch den Zettel zwischen die Finger?« »Du kannst bei mir übernachten«, entzifferte ich meine Hohlhand. »Umdrehen«, »ah, die Adresse«, »Tina Harlein, Inselstraße 42«. Zur Besiegelung sofort ein neuer, noch längerer, noch schwärzerer Kuss. »Während wir wieder schneller fielen«, »S gleich G halbe T Quadrat«. »Anhalten«, »Tür auf«, »raus«, »eine Art Polizeiwache«. Sah der eine große, nicht verpannt wie Löns aus? Auch die anderen Wachtmeister schienen sämtlich Charaktermasken zu tragen, nischt wie Tilli und Gneisenau. »Maske ist gut«, bemerkte mein Führer. »Kann ich Ihren Namen nicht erfahren? Es ist so unbequem, immer nur »Herr« zu sagen und dann hilflos abzubrechen.« »Na ja«, gab er verlegen zu, »also Alting«. »Alting«, wiederholte ich folgsam. Dann durchfuhr mich's doch »Alting«, wisztrauisch, aber rasch wieder gefasst. »Alting«, »bon«. Er wehrte mit schmerzlicher Gebärde, mußte auch gerade einige Formulare unterzeichnen, die wohl vor allem mich betrafen. Ich quittierte ebenfalls in einem Buch und erhielt die scheinbar überall unerlässliche gestempelte Karte. Tina wartete schon den ungeduldig schlenkernden Lederbeutel in beiden Händen unterm Bauch. Eine abendliche Straße, menschendurchwimmelt, aber wohl überwölbt, jedenfalls blieb die Nachtfarbe über den Häuserdächern stumpf. An der Ecke verabschiedete sich Tina mit dem modernen »Tschüss«. Ich erhielt einen bedeutsamen Händedruck. »Made in waiting«. Das Standbild. Ein Mann mit dem üblichen zeitlosen Bettlaken um wies gebieterisch vor seine Füße. Ein kauernder Sklave hielt sogleich die streichholzbewehrte Gebärde an einen Haufen marmorner Bücher. Ohne Inschrift. Jener nie genug zu verehrende Omar, der seinerzeit die Bibliothek von Alexandria verbrannte. »Aha«, sagte ich verständnislos, »Rechts die großen Schaufenster«, »Furniture«, »E.A. Poe«, »Daneben Kurzwaren«, »Ersch und Gruber«. Wir schauten uns eine Zeitlang schweigend an mit seltsamen Blicken. Ein Riesengebäude. Ein Riesengebäude. Das Haus der Kommission. Sie entschuldigen einen Augenblick, bat er und lief zu den großen erleuchteten Schaukästen hinüber, ich natürlich hinterher, und wir studierten gemeinschaftlich die endlosen, mit winziger Maschinenschrift getippten Listen. So eine Lilliput-Type möchte ich einmal haben, dazu werde ich's wohl nie bringen. Er suchte unter A, dann aber seltsamerweise noch unter F. Mein Blick blieb an dem Namen Goethe hängen, und ich las. 24. November 1955. 141 Zitationen in Zeitschriften, 46 Zitationen in Büchern, 81 Zitationen in Rundfunksendungen, 93 Mal auf Anschlagsäulen gestanden, Vorträge in Volkshochschulen, 1411 Mal in Schulaufsätzen vorgekommen, 804 Mal in Privatbriefen, 529 Mal der Name in Gesprächen gefallen, 460 Mal Verszeilen ohne Namensnennung zitiert, davon 458 Mal fehlerhaft. Ja, der hat gar keine Chancen, bemerkte mein Begleiter wegwerfend, als er sah, auf welche Spalte mein Blick gerichtet war. Aber mich hat's doch tatsächlich auch wieder erwischt. Ein alter Bock in Hamburg hat sich die Erstausgabe des Glöckchens von 1800 gekauft. Na, das Titelblatt soll schon defekt sein, das ist ein Trost. Hassvoll, atmete schwer und hatte zwei Fäuste gemacht. Ist mir alles zu hoch, aber eine Tasse Kaffee trinke ich mit gern. Zwei Espresso bitte, ja, große. Sechs Promessen bitte. Er schnippte zu dem Wort mit den Fingern und sie schnippte es weiter zu dem Kassierer vorm großen Buch, der fliegend eintrug. Also Milch rein. Die Hunde bohrten vorsichtshalber immer nur ein Loch in die Büchse, das Marjanisch drauskriegte. Dafür ein Haufen Zucker. Alting notierte auf einem gelbkarierten Kärtchen die Zahl sechs. Sie kennen kein Geld? Gewiss, unsere Scheine sind ja auch nur Geldzeichen, aber Sie? Hier gab es eben Promessen und er erklärte mir diesen letzten währungstechnischen Fortschritt. Jeder erhält am Monatsersten die Mitteilung, dass ihm so und so viel Einheiten als Gehalt zustehen. Mit denen muss er dann eben auskommen. Wenn ein Volk ohnehin erst einmal vom Goldstandard abgekommen ist und gehörig lange bearbeitet wurde, bis es allen Ernstes glaubt, seine Regierung könne aus jedem Stück Papier einen veritablen 1000-Mark-Schein machen, dann sollte man auch, wie bei uns, das System durch einen Cudement vollenden. Wörtliche Versprechen, eben Promessen an Geldes statttreten zu lassen. Ich brauche keine Brieftasche und kann doch eine Million in bar bei mir haben. Das Geld kann nicht nachgemacht werden, nicht gestohlen, nicht verbrannt, nicht entwertet, zumindest nicht leichter als bei Ihnen oben auch. Alles nur mündlich, fragte ich Benon. Ja, betrügt denn da keiner? Er lächelte nur ironisch und wehmütig. Nein, es betrügt keiner. Mehr als satt essen und in einem Bett schlafen kann man schließlich nicht. Die Warenproduktion ist bei uns absolut gesichert, weil das Dasein ohne Beschäftigung einfach unerträglich wäre. Außerdem macht die Rechnerei zusätzlich Spaß und vertreibt die Zeit. Sie haben ja auch eine Karte bekommen. Richtig. Ich holte das weinrot gekästelte Kärtchen heraus. 1000 Promessen waren mein. Und er bog die Mundwinkel anerkennend nach unten ganz anständig. Schnell überschlagen, die einzelne Tasse also drei Promessen, entsprach demnach eine etwa 20 unserer Pfennige. Und der Kaffee war sogar gut. 19.30 Uhr. Wieder auf der Straße. Plötzlich zog sich sein Kopf ein. Er packte krampfig meine Hand. Er riß uns hinter die massive Lehne der halbrunden Steinbank. Pst! Vorsichtig um die Ecke schielen. Zwei Männer kamen vorbei, groß und unbekümmert lautstimmig. Der eine, derbere im hochgeknöpften Überrock, das volle, kühne Haar, die amerikanisch-breiten Diphtonge. Ich wollte vor. Ich zerrte an seinen Händen, bis sie weit aus den Manschetten hervorstanden. Mensch, Vorsicht, keuchte er, es ist ein hitziger Mann. Gerade sie sollten doch am wenigsten... Wir kämpften vorsichtig noch ein bisschen, bis ich mich gab. Na freilich, Cooper, wer sonst? Ja, ja, genau, William Branford Shubrick und ihr, James Fennimore Cooper. Waren sie froh, dass er vorbei ist? Stammeln, antworten. Stammeln, antworten. Er bog sich vor, er klatschte mir auf die Schulter. Ja, ja, Mann, haben Sie denn immer noch nicht gemerkt, dass Sie im Elysium sind? Auf dieselbe Steinbank gesunken. Er erklärte es mehrmals, mit Nachsicht. Und war angeblich der Christian August Fischer, der 1821 die erste umfassende Cooper-Ausgabe bei Sauerländer in Frankfurt redigiert hatte. Die gleiche, die gleiche aus der Stifter den Hochwald plagiierte. Ich besaß selbst ein paar der entzückend unzulänglichen Bändchen. Und jetzt fiel mir's auch ein. Klar, Alting, das war doch sein Pseudonym gewesen, unter dem er die erotischen Novellen veröffentlicht hatte. Die Geschichte der sieben Säcke oder der Geliebte von elftausend Mädchen? Er nickte verdrießlich. Dann wild. Den meisten Schaden hat mir Jean-Paul getan, der mich in seiner Vorschule zitiert hat. Wenn die Stelle nicht wäre, ich könnte 500 Jahre eher abschrammen. Aber sie sind doch 1829? Gewiß, bestätigte er bitter. Der klinische Tod trat bei mir am 14. April des genannten Jahres in Mainz ein. Doch was nützt mir das? Sie sind ja selbst. Und wies mit Sektoren breiter Loden grüner Gebärde nach vorn. Jeder ist so lange zum Leben hier unten verdammt, wie sein Name noch akustisch oder optisch auf Erden oben erscheint. Oder Planer gesprochen, bis er weder genannt wird, noch irgendwo mehr gedruckt oder geschrieben vorkommt. Dann ist jede Möglichkeit einer Rekonstruktion verschwunden. Benommen sitzen und verarbeiten. Schriftsteller? Solange noch ein Exemplar eines ihrer Bücher vorhanden ist, besteht schon gar keine Aussicht. Was meinen Sie, was der einen ausgibt, wenn einer durch die Kommission die amtliche Mitteilung erhält, dass keine seiner Schriften mehr existiert? Darf dann eine rot-goldene Anstecknadel tragen? Oder wenn die letzte Literaturgeschichte verfault ist, die ihn erwähnte? Dann steht der Name vielleicht noch in Kirchenbüchern. Der Dreißigjährige damals hat ja wunderbar aufgeräumt. Auch der letzte Hitlerische Krieg wieder. Na, leben Sie erst mal ein paar hundert Jahre. Nietzsche ist von seiner ewigen Wiederkunft ganz schön abgekommen. Er hat die Nese längst pleng. Ach, Sie machen sich ja keinen Begriff von den Möglichkeiten. Mal abgesehen von Palimpsesten oder Textkonjunkturen. Wir haben Fälle, wo ein Unvorsichtiger zur unseligen Stunde bloß stolz seinen Besitzernamen in ein wertvolles Buch vorn einschrieb, à la Manesse. Schon ist er reif, solange das rare Stück nur gehegt und gepflegt wird. Wenn er Pech hat, ist sogar noch fotokopiert, seien Sie bloß mit sowas vorsichtig. Einmal hat in Pompeji einer stolz an die Klowand gekritzelt. Hik Ego Nung Futui Formosam Forma Puellam. Und ein Name drunter. Der läuft heute noch herum. Schlimm sind die Vorfahren großer Männer dran, die ihrerseits gar nicht ausgefressen haben und jetzt erbarmungslos vom Biografen aufgestöbert werden. Ja, Gotha auch. Oder ein noch grausameres Beispiel. Ein Bauer heißt Meier. Sein Feld im Dorfdialekt also der Meierkamp. Eines Tages erscheint ein Landmesser, der überträgt den Namen auf sein Messtischblatt. Das wird gedruckt. Aus. Und dann kommt meinetwegen noch ein Autor, einer von den komplett Verrückten, die alles ganz genau machen müssen. Ja, ja, wie Sie. Der legt seinen Roman dahin. Der Held verschwindet mit der Heldin hinter einer Hecke, eben auf besagten Meierkamp. Der Arme ist praktisch geliefert, tapert dann hilflos hier unten rum, rennt zu allen Behörden und kann nie und nimmermehr begreifen, warum er nicht in Ruhe tot sein darf. Da gibt's vielleicht manchmal Tachteln, wenn der Dichter dann runterkommt. Er stieß mich an und wies unauffällig mit den Brauen. Robin Hood? Nee, der daneben, der kleine Stämmige. Und ich folgte dem untersetzten Herrn im Kleppermantel eine Zeitlang stumpf mit den Augen. Konnte es nicht genauso gut Odysseus sein? Aber er schüttelte nur unwirsch den Kopf. Sie denken wohl, der läuft immer noch in Lincoln Grün rum mit dem Flitzbogen überm Ast. Nee, nee. Alle so normalbürgerlich gekleidet wie nur möglich. Auch Tiere, ein mächtiger schwarzer Kater, schob sich missmutig aus dem offenen Fenster im Erdgeschoss gegenüber, setzte sich und schlang den Schwanz um die Füße. Komm, hier die Geigei, komm, aber er kann nicht. Naja, die empfinden's nicht so ganz, aber ihnen fehlen die unsterblichen Mäuse. Die Heiligen, die sind vielleicht tüksch, zumal wenn sie für irgendwas speziell zuständig sind, Bauchschmerzen oder so. Jeder Bulle oben, der zu viel gestemmt hat, ich erschrak des Todes so breit laut, sprach er das Wort, brüllt ihren Namen oder schreibt ihn gar auf den Zettel? Nee, nee, die sind ganz böse dran. Könnten Sie nicht etwas weniger zynisch sein, bat ich schockiert, aber er bewegte nur würdig verneinend den Kopf. Einmal war es ohnehin stets meine Art, die Dinge präzise zu benennen, auch die bisher so verlogen vernachlässigte Fäkal- und Urogenitalsphäre, und zweitens wird das hier unten binnen Kurzem jeder, sachlicher, nüchterner. »Sie sollten jetzt mal G-Rock hören«, »oder Johanna Spiri«, er feikste so, daß der ganze Lohnmantel hüpfte, »da kommen Sie, gehen wir noch was essen.« Eine Art Schnellimbisshalle, lebhaftes Licht von oben, hinter Glas und Nickel die langen Plattenreihen mit, ja, mit was? Auf jeder nur ein Häufchen zierlicher, glashäutiger Täfelchen, Würfel, gerippte Stangen in verschiedenen lustigen Farben. Die ganze Gelbskala, schwarz gekörntes Grau, auch, aber seltener, ein ziemlich widerliches Bonbon Grün. Er ließ sich von der lacklächelnden Bedienung zwei Teller herausreichen, sie fügte zu jedem noch eine Art neusilberner Zuckerzange hinzu. »34 Promessen, bitte.« »34?« fragte Alting Fischer besorgt und wollte schon seufzend auf seiner Karte abschreiben, als ich ihn endlich scheinbar bei klarem Gastverstande zu überreden vermochte. »Was soll ich denn sonst mit meinen? Und es wäre doch schade, wenn Sie verfielen.« »Das ja«, ergab sehr rasch nach. »Gehärtete Luft mit ein bisschen Geschmack.« »Richtig, meine Gummibonbons leicht nach Ingwer.« »Nur gasförmige Ausleerungen nebenbei.« Er zeigte mir auch die Zellenreihe, bei der also der Unterschied für Damen entfiel. »Und meine Linsen?« Ich beschloss mich so lange wie irgend tragbar zu quälen. »Wie Straßen haben nie Personennamen, nur ganz neutral Walkgasse oder Schützenstraße.« »Einmal eine Fischhelter.« Am Stadtrand wird enorm gebaut. Auf der letzten Buchmesse in Frankfurt waren ja allein 12.000 Neuerscheinungen. Die Unberühmten, die große Mehrzahl, die nur in standesamtlichen Eintragungen vorkommen, werden in umfangreichen Barackenlagern untergebracht, wo sie die 100, 200 Jahre bis zu ihrem endgültigen Tode zubringen. Sie sind meist fröhlich in Dorfgemeinschaftshäusern und genießen die Zeit zum Teil sogar. Haben auch täglich enorme Zu- und Abgänge. Von uns Ewigen sitzen viele in den Lagerverwaltungen. Der Nebel. Er begann unvermittelt von oben herabzusickern, in feinen Fäden, in gewundenen Schlieren. Auch aus dem Boden gaste es fußhochgrau, und Fischer begann zu schimpfen, auch das wieder noch. Giftig, dann ergebene. »Na ja, ist eben Herbst.« Und erklärte meiner Gesichtsfrage, »Das Wetter wird von einem besonderen Ausschuss entworfen, der also Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge regelt. An Eckhäusern, Laternenpfählen, lange, senkrechte Windritzen, von besonders ödem Pfiff an einsamen Bauplätzen. Bei Tag kommt von der Decke helles, diffuses Licht, zur Zeit ist Nacht. Und gähnte konsequent. Also bat ich, wo kann ich übernachten? »Oh, in jedem Hotel«, sagte er gefällig. »Rechts, links, geradeaus.« »Und morgen früh rufen sie mich getrost gleich wieder an.« »Felicissima notte.« Allein durch die nächtliche Stadt irren. 21.56 Uhr. »Können Sie mir sagen, wie ich am besten zur Inselstraße komme?« »Ah, danke.« Beinahe umgerannt, trotz seines zweispitzigen Vollbartes flitzte der Kerl wie ein Wiesel, schlug Haken durch Vorgärten, die Zehen mit Knütteln immer hinter ihm her, preschte durch Häuserschatten, übersprang mit Hürdentechnik ein letztes gestelltes Bein, wetzte hinten um den Kiosk und entschwand auf langen Frackschwingen in einen hübschen kleinen Park. Die beiden Polizisten ließen sich weit mehr Zeit. Der eine blieb sogar in der Nähe stehen und riegelte angeblich die Straßenkreuzung ab, während sein Untergebener noch ein Stück weiter zockeln musste, zog sogar einen Stumpen heraus und nahm ein paar Züge. »Die Könige der Goten,« erläuterte er mir auf Anfrage gleichmütig, »sind wieder mal hinter Felix Dahn her.« »Na, er ist ja behördlicherseits bei Bewilligung der Einreisegenehmigung ausreichend darauf hingewiesen worden.« »Inselstraße? Die zweite rechts. »Mensch, rauchte der ein Kraut!« Selbst die Luft weigerte sich, die Schwaden anzunehmen. »Erstickt.« »Danke.« »Zweite rechts.« »Ein Junggesellinnenheim.« Ich besah hilflos die Riesenfront schachbretthaft erleuchteter und dunkler Fenster. Bei der Pförtnerin. Ein dickes Geschöpf, die nur einen Blick auf die Rückseite meines Zettels warf, dann zum Schlüsselbrett. Ein Jagara aus Kleinstahl. »Ja, ist anwesend. Zimmer 226.« Der üppige bunte Arm wies in Richtung der Fahrstühle. Eben kam auch einer unten an. Man stieg aus. Dann verkündete das helle Erzengelgesicht des langen Liftmädchens sein aufwärts. 226. Fünfter Stock. »Bitte.« »Danke sehr.« »Tina Haarlein.« »Ja, bitte.« »Tina.« Ich nahm sie gleich in die Arme. Sie mit auseinandergeschlafenen Haaren. Hatte sich ein Stündlein hingelegt gehabt, um für mich dann ganz frisch zu sein. Sie schwarze, kurze Flammen um ein Blassgesicht. 22.12. 23.12. »Donnerwetter«, flüsterkeuchte sie. »Noch einen Schoppen Luft?« Erhob sich, meinen Schaum vorm Bauch, und machte als allererstes Kaffee. Sieben Minuten ziehen. Hohe spitze Porzellanbecher setzte sie hin. Inzwischen hinterm Plastikvorhang ihres Brausebades. Gymnastik in der Seifenblase. »Nö, passieren tut hier unten grundsätzlich nichts.« »Pusten und Stirne schütteln.« »Das Wasser schmeckte ausgesprochen nach Eisen.« »Oder genauer noch Tinte?« »Hm, kann sein, kommt direkt aus unterirdischen heißen Quellen«, sprudelte das strähnige Gesicht, kauerte in die Bodenwanne und neckte sich mit zwei spitzen Fingern, setzte sich ganz und schlang die Schenkel locker fest um meine Füße. »Von unten durch Wasserschallen und Händegeschmatz.« »Aber, Geld, du zitierst mich nicht.« »Tina, ja, das gilt nicht.« »Das besagt gar nichts, das darfst du.« Fischer hat erzählt, »Ach, nicht doch. Das Ganze geht ungefähr so vor sich.« »Du wirst oben geboren und lebst.« »Nein, 801 bis 77 ist doch egal.« »Dann stirbst du, das ist ziemlich unangenehm. Beängstigungen, weißt du, so Luftmangel.« Herz bleibt stehen, aber das Bewusstsein setzt meist sehr rasch aus. Sie gab der Luft einen gleichgültig kleinen Klaps. Jedenfalls, du erwachst wieder, Dämmerungen und Stimmengemurmel, in einer Riesenhalle, ungefähr wie eine Reitbahn, in einer Menschenschlange. Wenn du vorn am Schalter bist, füllen sie Karteikarten aus, du erhältst deinen Personalausweis, gehst weiter durch, wirst erneut abgestempelt, mit früheren Bekannten konfrontiert, darunter mindestens zwei Feinde. Ein Omnibus fährt dich zum Bahnhof, du steigst in deinen betreffenden Zug ein, kriegst Reiseverpflegung und so und landest an dem dir zugewiesenen Ort. »Wählen? Kaum. Du darfst wohl sagen, du möchtest gern mit dem und dem zusammen sein, und wenn sich's irgend verantworten lässt, steht dem nichts im Wege. Aber es gibt eben doch Rücksichten. Man könnte ja nimmer Goethe und Bielschowski zusammensperren. Nein, hier unten ist man wohl gerecht, aber nicht unnötig grausam. »Oder dich, der eins mit Fouquet«, fügte sie hinterhältig hinzu und zappelte sich vor Vergnügen die Beine lang, als sie mein Gesicht sah. »Das hätte sie aber besser nicht tun sollen.« »Also, die Länge ist ja geradezu polizeiwidrig«, entschied sie entzückt, entrüstet. In der Tausendstunden-Uhr ringelreiten frohlockend die glitzernden Flaschenteufelchen. Sie sprach etwas zu einem Loch in der Wand, schloß die ins unsichtbare tapezierte Klappe und ernahm gleich darauf eine Art Briefkastenschlitz zwei vorgewärmte Frotteehandtücher. »Und jetzt gehen wir schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag. Sonntag, da brauche ich nicht rauf.« »Später?« »Nö, ein Pyjama für dich habe ich nicht.« Sie legte ein glattes, faules Armtau über meinen Brustkasten. Am Ende war es aufgedrieselt zu schlappen Fingern. Aus Schlaftrunkenheit die letzte Antwort. »Die ersten zehn Jahre wird meist nur ge...« Und kicherte, als ich sie auf den Mund klopfte. Anschließend geht man gewöhnlich als Einsiedler, da gibt's extra Bunt-Sandsteinwüsten mit Salzseen, Versteinertes und so. Sie versuchte vergeblich, die Faust tiefer in meine Achselhöhle zu bohren, fand aber doch keinen rechten Platz für ihren Arm und gab's murrend auf. Dann fangen sie meist an zu saufen, toben und lästern, auf die Unsterblichkeit, die ganzen Einrichtungen hier unten. Danach verfallen sie in ein bockiges Dösen, auch ein ganz paar Jahre, und dann werden sie allmählich wieder normal, nehmen Stellen an, kümmern sich um Arbeit und trösten sich mit dem Gedanken, dass ewig eben schließlich doch nichts wert. Schon zweitausendjährige sind ja nicht allzu häufig bei uns. Sie bewegte sich ungenädig, schnob, schlafsüchtig. Hm. Tat auch ihr linkes Knie noch zu dem meinen, bürstete einmal mit dem Kopf meinen Hals und entschlummerte. Auch ich beschloss, das Wundern auf morgen zu verschieben. Morgen. Schüchternste Dämmerung. Nein, sie fühlte sich gar nicht an wie eine 154-Jährige. Hier nicht und da nicht und dort erst recht nicht. Ob mich die Gesellschaft etwa bloß belog? Ob ich zufällig in eine der ja sicher längst vorhandenen unterirdischen Städte geraten war, die sich Politiker und Appaten für den Fall des Atomkrieges einrichten? Die Assassinen gaben ihren Anhängern ja auch einfach so eine Spritze und schafften sie dann ins Paradies artificiell. Ich stand auf. Ich sah mich leise, aber wild um. Erstmal die Heizung wärmer stellen, waren bloß 16 Grad. Nackt vor der Wand. Erst kriegte ich die Klappe gar nicht los und hätte sie vor Ungeduld beinahe abgerissen. Halt! So ging's. Hallo, Fräulein. Bin ich hier nun wirklich im Elysium oder bloß in einer atomsicheren Höhlen-Siedlung? Augenblick bitte, kam die dienstlich leidenschaftslose Stimme. Ich verbinde mit der Auskunftszentrale. Rübersehen? Nein. Tinka, Tinka, Katharina pustete gleichmäßig die Zeit weg. Bei jedem Atemzug stirbt ein Chinese. Und werden zwei geboren. Bitte sprechen. Ja, hier Auskunft. Nein, sie befinden sich im Elysium. Nein. Nein, nein, auch über ihre Bücher führen wir eine genaue Kartei. Wie oft sie darin Hauf erwähnen oder Bismarck. Bismarck? Frohlockend und wild. Jetzt habe ich die Betrüger. Bismarck? Ich werde den Teufel tun und in meinen Büchern den Buben auch nur nennen. Die Gauner, die. Pause. Ich wollte schon sieghaft die Klappe mit der Faust anklopfen, als die androgynen Stimme eben wieder näher kam. Sie haben bisher in Ihren Werken den Namen Bismarck dreimal genannt. Faun, Seite 79, Brandsheide 110, Umsiedler 14. Ich duckte den Kopf rechts, mein lädiertes Kniefing anzuwackeln. Ich stammelte, das ist ein infame Kühl, Statistisch, Enzyklopädie Britannica, fuhr das Wandloch fort. Die letzte der angeführten Stellen lautet wörtlich, sie schwärmte immer noch von, in französischen Anführungszeichen, unserem herrlichen Bismarck. Ich erblaßte, ich stemmte meine Stirn gegen die Wand. Richtig, jetzt erinnerte ich mich, in Niedersachsen. Ich sah unter mir die männlich schüttere Haarflur meines Bauches, die optisch kühn verkürzten Beine, auch Füße. Danke, sagte ich nach einer Weile heiser zur Mauer. Es antwortete nicht mehr. Wieder im Bett, im Kopf die Gedankendrehscheibe. Das war aber doch. Tieg, angeblich Tischlermeister? Hoffmann hatte eine Weinhandlung am Gros. Und schon überlegte ich tatsächlich, was ich der einst mal betreiben könnte. Ich hab ja auch einen Knall, daß ich auf sowas immer gleich eingehe. Und bloß gut, daß meine Bücher sich so schlecht verkauften. Vom Prunkstück, dem Leviathan, waren sie erst 902. Aber dann drehte ich mich doch wieder entschlossen zu ihr. Was ein Irrsinn alles. Das hübsche, feste Gesäß, kräftige Schenkelseide, eine Taille. Sie wurde langsam wach, die heißen, vom Schlaf etwas erweichten Brüste. Da ringelten sich ihre Armschlangen schon an meinem Hals. Sie umfloß mich, und ich verschwand eine Weile in ihr. Gehärtete Luft zum Frühstück? Nee. Aber ne solide Tasse Kaffee, das ja. Kalt war's draußen geworden. Wetterumschlag. Ein ganz feiner, harter Schnee. Sparsam und trocken. Wie sie den wohl fabrikmäßig herstellen mochten. Schon ging meine Fantasie wieder in der Richtung los. Raffiniert, unregelmäßige Windstöße schleiften ihn in Protoplasmaschlieren über die ausgefrorenen Straßen. Mon Dieu, der Briefträger! Sie grub ihre fünfzifferige Zange fast schmerzhaft in meine Hand und schnaufte ahnend Verdruss, als der schwarz-uniformierte Unten zur Pfortnerin einbog. Erläuterte auch, Die Dunklen bringen schlechte Briefe, Gute werden von Grünen ausgetragen. Weitere Erläuterung Schlechte Briefe, Benachrichtigungen über Zitierung oder gar Neudruck, Freudenbotschaften, verschwundene Exemplare, getilgte Namenseintragungen und so weiter. Sie popelte hastig den Finger in die Ecke und platzte den Umschlag damit auf, riss aus dem gesägten Papiermaul das Blättchen und überflog. Katinka Zitz, Name zitiert in einem Lokalartikel der Mainzer Freiheit. Gott sei Dank bloß eine Zeitung, machte sie erleichtert. Ach, na ja, ich hatte mal in gewissen Zitz geheiratet, bin aber gleich wieder geschieden worden. Nein, nein, ich heiß schon Tina Haarlein, mein Mädchenname. Sie pflanzte sich trotzig auf eine Sessellehne und schlenkerte mit den Unterschenkeln, stieß auch Verdriesluft aus der Nase, seufzte einmal, na ja, 90% meiner Romane sind schon als Makulatur weg. Untersteh dich und lies einen davon, du. Am meisten Schaden hat mir der Artikel in der allgemeinen deutschen Biografie getan. Wenn ich den Schuft hier hätte, erhob sich auch resolut, ich hab heut ja noch gar nicht geflucht, Moment. Sie ging zum Schrank, reckte sich, legte oben die kleine, lebhaft lackierte Sanduhr um und begann zu schimpfen mit einer Intensität, ein Wortschatz hatte die Frau, zumal schöne französische Flüche, nahmen haßvoll breit, erhielten nichtswürdige Beiworte, Faustbälle, bei mehreren meanderte ihr Mund zum Fürchten und lief über, einmal trampelte sie sogar vor Wut. Die Fluchviertelstunde, jeder muß täglich 15 Minuten lang seinem Biografen fluchen, Rezensenten, auf Gödecke, sämtliche Auflagen des Brockhaus, den ersten ganz großen Meier, Leser und Heimatforscher. I love a good hater. Gutenberg verbirgt sich in öden Wäldern, erlesen einsamen Klüften, ständig auf der Flucht, schläft jede Nacht woanders wie Cromwell, verbringt den überwiegenden Teil seiner hiesigen Existenz in Gips. Ja, aber du hast doch auch Bücher hier, sah ich das Hängebrettchen am Kopfende des Bettes an. Books of Fiction also erlaubt, solche, wo keine reelle Persönlichkeit genannt wird, und das Titelblatt muß raus. Schach viel gespielt, Kinos gibt's, die Mode wechselt angemessen, Autos nicht, man hat ja Zeit. Ansonsten wird eben redlich gearbeitet, aus Leibeskräften geliebt, in tausend Jahren ist alles vorbei, damit muntern wir uns immer wieder auf. Die Wandklappe öffnete sich schief, na nun ist die kaputt, rief Tina befremdet, hüpfte von meinem Schoß und bog vorsichtig an dem Scharnier herum, während schon die Vermittlung ankündigte, Anruf eines Herrn Fischer, wollen Sie da sein? Sie sah zu mir herüber, wir nickten kurz, ich übernahm mit Hallo und dann verabredeten wir uns für, nein, jetzt sofort nicht, zum Mittagessen, wir haben vorher noch einiges zu erledigen. Sie griente anerkennend, die Unterlippe zwischen den Zähnen und ich vereinbarte sachlich Zeit und Treffpunkt. Zeit, Mittag, Treffpunkt, mexikanisches Restaurant, heute schmeckte das Gelee-Stück also nach Chili con carne. Ich zahlte großzügig die lumpigen 80 Promessen, blieben noch 586, ich hatte Tina 300 für eine elastischere Sprungfedermatratze geschenkt. Wie gut aber, daß ich Fischer traf, wir flüsterten und schmunzelten, das heißt ich, gequält, er lachte vor Wonne wie ein Frosch, super qua, super qua, Moment, Tina, wir sind sofort wieder da. Draußen, man sah, wie es in seinem Gehirn arbeitete, Mensch, wunderbar, keuchte er über eine begeistert gespreizte Pfote hinweg, geht's noch 100 Meter und unterstützte mich zärtlich ungestüm wie ein Vater sagte, ganz sagte, hier hinein. Zwanzig Meter entfernt hinter einer Buschreihe die Linsen, während er Schmiere stand, mein Gott, was ein Krach ich machte und er wirrte entzückt von fern, wie da meine Bauchpresse arbeitete, bloß weg. Am Tor der Villa auch noch so ein Messingschild, Maximilian Emanuel Franz Freiherr von Lerchenfeld, hat mir damals drei Jahre Festung verschafft, der wird erfreut haben und lehnte sich an eine Hauswand, um bequemer röcheln zu können. Aber bitte nichts Tina sagen, tue ich nicht, tue ich nicht. Dennoch war es sein erstes. Sie steckten unterirdische Kumpel sofort die Köpfe zusammen. So zog es ihr den Mund auseinander, die Nasenlöcher vernüsterten immer weiter, sie bis ins Taschentuch, Wasser purzelte ihr aus den Knopflöchern, während ich eisig an meinem Strohhalm saugte. So schieden sie wohl die aufgenommenen Flüssigkeiten aus durch die Augen. Seine Hände bildeten immer wieder den Riesenhaufen. Und Farben, Tina, so was haben sie bei Ministers überhaupt noch nicht gesehen, warf sich zurück die Sau und gurgelte skütisch. Also weitere Fragen ausdenken, Beleidigtun hat ja keinen Zweck. Erstens. Schlüsselromane. Er schüttelte verneinend die Maultasche. Gelten an sich nicht als Zitat, aber die betreffenden Persönlichkeiten sind ja meist auch anderweitig zigfach festgenagelt. Zweitens. Wie schön leuchtet der Morgenstern? Die Anfangsbuchstaben der sieben Verse ergeben bekanntlich einen Namen. Gilt als Zitat, bestätigte er. Drittens. Plagiieren. Können sie so viel sie wollen. Im Gegenteil. Das gilt bei uns als gewisses Zeichen, dass man anfängt, rar und vergessen zu werden. Wird durchaus begrüßt. Viertens. Strafen. Es passiert relativ wenig. Prügeleien sind natürlich an der Tagesordnung und meist sehr berechtigt. Neuankömmlinge, ahnungslos stolze Verfasser von Anthologien, werden oft furchtbar zugedeckt oder Biografen von ihren Dichtern. Die allerschwerste Strafe und ganz selten verhängt, etwa ihrer Todesstrafe oben zu vergleichen, ist, wenn Einfälle nach der Erdoberfläche versandt werden, so dass einem Skriebler beim Klauen in der Bibliothek oder auch im Traum der Einfall kommt, der oder der wären doch eigentlich recht interessante Leute gewesen, über die man ein Nachtprogramm machen könnte. Ich lächelte erst mit, brach aber plötzlich ab und erinnerte mich. Der Wirt in Mexikaner Tracht, der Sombrero saß ihm betrüblich einfallslos, geleitete uns bis zur Tür. Und wir wollten schon auf die Straße treten, als im Radio eine Sondermeldung kam, mit Achtung, Achtung und Feuerstrahlen von Fanfarenstößen vorn und hinten. Erst begriff ich die Begeisterung meiner Begleiter nicht. Sie hielten wie elektrisiert, mit erleuchteten und gespannten Gesichtern. Ich verstand die Fachausdrücke aber nicht ganz. Jedenfalls sie nickten einander angeregt zu und debattierten immer um mich in der Mitte wandelnden herum. Morgen Nachmittag kann sich einer auflösen. Der hat Schwein. Ist erst rund 400 Jahre hier und eben kam die offizielle Bestätigung der Kommission, dass das letzte Exemplar seines Namens verschwunden ist. Ein Kind hat auf dem Dachboden zwischen altem Gerümpel und Akten mit Feuer gespielt. Der betreffende Kaufkontrakt, alles, inklusive Haus, ist verbrannt. Sie atmeten tief und glücklich. Ich wollte erst nach dem Kinde fragen, unterließ es aber, da die Leute hier offensichtlich andere Sorgen hatten. Nein, nein, da dürfen Sie nicht dabei sein. Das sind unsere größten Feierlichkeiten. Außerdem fahren Sie ja morgen früh schon mit Tina und mir wieder nach oben, dann sind ihre 36 Stunden rum. Beschreiben, ja, das schon. Also, wenn oben ein Name endgültig erlischt, darf sich hier unten der Besitzer auflösen. Was meinen Sie, wie der jauchzt, mit welcher Spannung er am Fernseher verfolgt, wenn der Augenblick naht, wo sein letzter Leser das Buch zuschlägt, mit, na, so ein alter Bockmist und es für den nächsten Morgen zum Feuer anmachen kleinreißt. Dann prüft die Kommission, ganz recht das große Gebäude von gestern, noch einmal alle Unterlagen und unterrichtet ihn, dass er an dem und dem Tage zu der und der Stunde und Minute ins Nichts eingehen darf. Er zieht seinen besten Anzug an, vor dem Nichts wartet schon der Verwaltungsbeamte, Zuschauer stehen diszipliniert im Viereck, alle in frohlockendem Bund, Freunde und Bekannte drängen sich glückwünschend und neidisch herzu, auf dem Bronze Dreifuß glüht ein Koksbecken, er bekommt all seine Karteikarten ausgehändigt und darf sie eigenhändig über die Flämmchen säen. Dann wird er durch eine hohe Tür nach innen in einen Saal geleitet, an dessen Stirnwand ein paar Marmorstufen hinunter ins Nichts führen. Hab's selbst schon gesehen, war zweimal als offizieller Zeuge mit dabei. Je nun, er springt hinein und ist weg, futsch, auf ewig verschwunden. Was wird aus ihm? Energie? fiel mir ein. Scheiß Energie, sagte er entrüstet. Nichts, gar nichts, die haben's ihm geschafft, mein Lieber. Weiß die Kommission diesen Zeitpunkt denn nicht von jedem im Voraus? Tiefsinnig, wie? Die Kommission weißen Dreck, schnauzte er noch immer ungehalten. Niemand ist allwissend. Gott? Ach, Gott, sagte er nach einer Weile wegwerfend, und ich fragte nicht weiter. Ratschläge von beiden Seiten und mein Kopf ging angestrengt zwischen ihnen hin und her, wie damals, als ich Dolmetscher bei der Polizeischule war. Erstens, vernichten Sie Ihre Freiexemplare, auch die anderen möglichst aufkaufen, das Geld rentiert sich dereinst. Schreiben Sie keinen Brief mehr. Zweitens, keine Memoiren hinterlassen, nichts Archiven anvertrauen. Oh Gott, ich habe ein Exemplar nach Marbach gegeben, stöhnte ich entsetzt. Na dann, gratulierte er grimmig. Drittens, lassen Sie sich nach dem Tode verbrennen, da gibt's dann keine Schweinereien wie mit dem Neandertaler, Beinahe hätten Sie das arme Luder auch noch dran gekriegt. Viertens, was haben wir die Erfindung des Radios zuerst begrüßt, nichts als ungültiger Schall und Rauch. Aber dann kamen schon wieder die Tonbandgeräte, sprechen Sie nie auf Band, hüten Sie sich vor deren Sammlern. Na, gehen wir noch mit zu Tina ein Köppchen Tee trinken. Tee bei Tina. Sie schnitt ihm hinterm Rücken eine ungeduldige Grimasse, aber er zog zu unserer Erleichterung nicht erst den Mantel aus, mußte noch zu Fontane und Spitzweg in die Apotheke, Aufträge für seine irdischen Besorgungen morgen abholen. Könnten Sie nicht, er einschmeichelnd, Ihre paar Bändchen der sauerländerschen Cooper-Übersetzung vernichten, wo ich vorn als Herausgeber erscheine? Vernichten nicht, bat ich zögernd, aber würde es nicht genügen, wenn ich die Titelblätter rausschneide, sie durch Maschinengeschriebene ersetze und ihren Namen einfach weglasse? Er leuchtete auf, sehr gut, das geht auch, ja, erleichtert und rieb sich schon die Hände, und schönen Dank auch, wir sehen uns also morgen früh um halb acht vor Wache drei und bitte pünktlich, na, Tina kommt ja auch mit, bye-bye. Die spanischen Reiter ihrer Armbeine, Nägel und Zähne gaben Stacheldraht genug, also im weißen Dschungel ihrer Glieder, manchmal blitzten rings unten Augen, in warmen Spalten schlürfte es Worte, Kettenkeuche flogen auf, Zimmer voll U, das Hände jetzt über mir, sie schlug den schweißigen Mund auf mich ein, sie erdrosselte mich mittlings mit Beinen, die weißen Kabel ihrer Arme am Horizont wurden rau und steif, U, gefällt übereinander, ihr Haar hing von meinem Kopf, unsere Atemkolben stießen breiter vorbei, geklebt, ach du, zu Einer reicht's noch für uns beide, tranken wir also gemeinsam Mann und Frau diese Tasse Tee, der Siebdruck an der Wand signiert ein echter Eberhard Schlotter ES und wir nickten bewundernd mühsame Technik ja aber nun andererseits fiel mir ein wenn ich die Namen meiner Feinde auf einen Zettel schriebe oder noch besser in ein Silberplättchen ritzte das Rollen in ein Glasrohr schieben zuschmelzen das wiederum in ein Bleikästchen eben eine richtige Timebox die sich ewig und drei Tage hält und die dann an ausgesucht öder Stelle vergaben tief im Hümmlingen oder in der Sahara das wäre doch ein Racheakt denn man könnte es ja theoretisch jederzeit durch Zufall wieder auffinden meine Fantasie entzündete sich welche Möglichkeiten oder gar mehrere Exemplare du eins ins Meer werfen in 5000 Meter Tiefe schlummert das bis zur nächsten Triasjura Kreide sie lauschte leuchtenden Blicks sie nickte immer überzeugter du wenn du das machen könntest ein tief verheißungsvoller Blick tu mir einen Gefallen ja du schreib Ludwig Frenkel mit drauf F R äh das ist nämlich der Schuft der mich in die ADB gebracht hat sie lachte erlöst du wenn du mir das versprichst ich komme jeden Mittag zu dir rauf und schon nahm ich sie strafend in die Arme das wirst du gefährlichst ohne hin tun und jede nacht außerdem fügte ich jedoch nicht ganz ohne Beklommenheit hinzu ich war immerhin schon im konsularischen Alter nachts darf ich nicht schaltete sie auch schon züchtig ein abends muß ich Punkt 19 Uhr zumachen und wieder runter ich noch galant eigentlich müßte ich Herrn Frenkel ja dankbar sein sonst hätte ich dich vielleicht gar nicht kennengelernt sie zog aber nur ein schiefes maul ob des hier unangebrachten kompliments und wir besprachen lieber noch weiter diese timebox ein teuflischer Einfall war's schon riskiere ich aber auch nicht zu viel damit sie schob erst die Unterlippe vor schüttelte dann aber entschieden ihre Ponys du hast ohnehin schon so viel auf dem Gewissen was hat zum Beispiel der Pape schon in Hoffnung gelebt ehe du kamst oder Brand gute Bode wie die Brüder alle heißen und dann die paar Namen deine persönlichen Feinde kann dir die Kommission aus Gründen der Gerechtigkeit nicht anrechnen der Nachmittag verran der Wind fing wieder stärker anzuheulen die Junggesellinnen gingen rascher schön daß es fast keine Kinder hier unten gab es war so viel stiller jede Stadt also eine Riesenhöhle für sich ein paar hundert Kilometer weiter die nächste durch lange Untergrundbahnen sparsam miteinander verbunden aus sprachlichen Gründen die antiken Leute für sich Asiaten die Russen natürlich auch na das konnte sie mir ja dann alles noch an den kommenden Mittagen hinterher verklaren halt dies noch also haben Holberg Nils Klim oder Jules Verne Voyage au centre de la terre angedeutet daß sie nickte bestätigen die waren allemal hier ach ne auch schon früher diese ganzen sagen von Gnomen hohlen Bergen geht alles auf uns zurück ne phästos orpheus und orydeke ne kia sogar em pedokles auch teak reise ins blaue hinein der hat fast zu viel verraten oder ein gewisser steinhäuser 1817 winkte aber ab als sie meine fragend sich öffnende hand sah führt jetzt zu weit also mal unter steinhäuser nachsehen was ist demnach das beste rezept für ein erdenleben überhaupt oben wie unten aufs dorf ziehen doof sein rammeln maul halten kirche gehen wenn ein großer mann in der nähe auftaucht in den stall verschwinden dahin kommt er kaum nach gegen schreib- und leser unterricht stimmen für die wieder aufrüstung atombomben vom nutzen und nachteil der historie für das leben murmelte ich sehr richtig versetzte sie nachdrücklich also nachteil